Ich bin bei euch, ich will erhöhen weiterhin gegen Claudi gewinnen und wir haben zur Motivation den Schlachtruf dran. Da geht was. Ja und Schlachtruf, auf die schön Brunahre des TSV Essigln! Weltkräftige TSV! Hellau! TSV! Hellau! TSV! Hellau! Bist du dein Team? Team! 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 Dream Team! Yeah! Ja, also das da ist Guinness und das da ist Hanna und Hanna, du bist schuld, dass wir alle mitmachen bei unserer Vereinsmeisterschaft. Ja, so sieht's aus. Warum hast du die angemeldet oder euch angemeldet? Weil ich der Meinung bin, dass es eine ganz sinnvolle Sache ist für die Hunde zum Kämpfen? Es geht los, die nächste Challenge beim Hundehilfeverein. sage ich euch jetzt, was euch erwartet, denn in sieben Minuten müssen diese sieben Leute diese Luftballons aufblasen, so viele wie möglich. Der gegnerische Verein macht das auch, die müssen richtig prall sein, zugeknotet, nur dann zählt er. An die Ballons, fertig, los! die Ballons zu tun. Musik Koppelsenziel ist hier! Koppelsenziel ist hier! 3, 2, 1 ... Find�ende hier! Dieser Ergebnis ist 173! Die Lungenflügel der Gegner waren noch ein bisschen ergiebiger. Die haben 175. Und damit herzlichen Glückwunsch nach Bad Buchau. Ja, und das Oh der anderen Mannschaft bedeutet, wir können feiern! Untertitelung des ZDF für funk, 2017